Hier sehen wir die Fritz App DSL LTE Hybrid. Das ist eine Anwendungsmöglichkeit, wenn ich meinen stationären Breitbandzugang mit einem mobilen Zugang koppeln möchte, um dann von Geschwindigkeitsvorteilen zu profitieren. Die App zeigt mir mit entsprechenden Mietern auch an, wie gut der Empfang des LTE-Signals und auch vom WLAN ist, um die optimale Position zu bestimmen, wo ich denn mein Smartphone am besten positioniere. Wenn ich den Hybridzugang dann aktiviere, wird das Smartphone in den Tethering Modus geschaltet und die Fritzbox nutzt über WLAN dann den Smartphone Internetzugang mit und die Daten im Netzwerk werden dann auf beide Zugänge verteilt.